Herzlich willkommen zum zweiten Teil der kleinen Serie rund um die Galaxy Watch Active 2 und in diesem Teil will ich euch zeigen, wie man das Ganze einrichtet, so ein bisschen Step by Step. Wenn da Fragen sind, natürlich immer gerne auch ab damit in die Kommentare. Für diejenigen, die schon ganz oft Smartwatches eingerichtet haben, ist das hier vielleicht nicht das Richtige. Alle anderen gerne dranbleiben. Ja, warum ist es nicht das Richtige? Es ist jetzt hier tatsächlich sehr rudimentär, das heißt wir fangen jetzt auch an mit der Einrichtung und zwar ganz vorne, das heißt mit der Installation der App, also wirklich von A. Ihr müsst einfach nur nach Samsung Galaxy Watch suchen und dann findet ihr die App Galaxy Wearable. Das ist der Container, nenne ich es mal, den Samsung benutzt für seine Galaxy Wearable Produkte. Und unten im Handy könnt ihr sehen, dass es auch jeweils noch ein entsprechendes Plug-in gibt, das heißt ihr braucht nachher für die verschiedenen Galaxy Geräte, die tragbar sind, neben den Handys natürlich, braucht ihr dann entsprechende Plug-ins. Ja, das war es schon, die App ist installiert und jetzt geht es schon los mit ersten Schritten und ihr könnt hier sehen, in der Geräteauswahl finden wir schon die Galaxy Watch Active 2. Auch noch ganz viele andere Galaxy Geräte wie die Buds, die wir auch schon getestet haben, die Galaxy Watch an sich, aber wir brauchen ja die Active 2 quasi. Jetzt zeigt euch hier Samsung nochmal kurz an, was denn für Berechtigungen angefordert werden. Die meisten machen aus meiner Sicht völlig Sinn, gibt ja oft Apps, wo es nicht so viel Sinn macht. In dem Fall sind glaube ich alle Berechtigungen auch durchaus gerechtfertigt. So, jetzt sind wir durch mit den Berechtigungen und jetzt geht die Kopplung quasi auch schon los. Ihr müsst hier auf der Uhr noch einmal nach oben streichen, wo steht los geht's und dann seht ihr hier schon, dass die Uhr auch erkannt wurde. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, das ist kein Samsung Handy, das heißt mit einem Samsung Handy geht das Ganze natürlich alles noch ein bisschen einfacher, weil die meisten Dinge schon vorinstalliert sind. Aber hier wollte ich euch extra mal zeigen, wie es denn auch oder wie einfach es auch ist auf einem Nicht-Samsung Handy. Hier seht ihr jetzt, brauchen wir das Plug-in für die Active 2, das lädt ihr dann automatisch runter. Das ist wie gesagt diese Container-Funktion der App an sich und jetzt kommt das entsprechende Plug-in speziell für die Uhr, die wir hier heute zusammen einrichten wollen. Und dann seht ihr, es geht auch schon los und jetzt müsst ihr noch den Zubehördienst installieren. Das allerdings hängt tatsächlich nur damit zusammen, dass es kein Samsung-Telefon ist. Auf einem Samsung-Telefon entfällt dann dieser Schritt. Aber ihr seht auch, selbst wenn ihr kein Samsung-Telefon habt, die Installation mit zwei, drei Apps installieren und ihr seht jetzt gleich, das ist wirklich super einfach. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen und es kann eigentlich auch kaum Probleme geben. Kaum, natürlich gibt es irgendwo an welchen Stellen immer Probleme, aber eigentlich läuft das Ganze ohne Probleme weiter. Ja, sauber durch. Werden wir hier auch gleich sehen. Jetzt, ja jetzt koppelt das Ganze, das dauert ein kleines bisschen, da dürft ihr nicht nervös werden. Das kann durchaus ein, zwei, drei Minuten dauern. In der Zwischenzeit könnt ihr hier schon mal in den mehr Infos so ein bisschen euch schlau machen, wie funktioniert denn die Galaxy Watch Active 2. Da sind so ein paar Tipps und Hinweise, wo man sehen kann, in welche Richtung man streichen kann, um wohin zu kommen. Wo man die Benachrichtigung aufruft, wie das mit den Tasten funktioniert, dass oben die Zurück-Taste ist, unten die Home-Taste. So ein bisschen wie auf dem Handy die Home-Taste, immer zum Startbildschirm. Für die Pulsergebnisse dürft ihr die Uhr nicht ganz am Handgelenk tragen, sondern müsst immer so ein kleines bisschen Platz lassen, damit die Ergebnisse sauber ausgewertet werden können. Und ja, Benachrichtigung, das ist ja auch eine der Kernfunktionen eigentlich, dass die Benachrichtigung vom Handy auch entsprechend bei euch auf der Smartwatch ankommen. All das funktioniert natürlich auch mit der Active 2. Das aber jetzt nur nochmal zur Überbrückung der Kopplung. Und ich glaube, jetzt an der Stelle können wir dann auch weitermachen mit der Kopplung. Ich breche es mal ab und wir kommen gleich wieder in das Video rein, wenn es fertig ist. So, die allerletzten Sekunden sind angebrochen. Es dauert nur noch, wenn es gut läuft, wenige Sekunden. Ja, jetzt ist es soweit. Die Uhr ist gekoppelt. Das heißt, wir sind am ersten Teilschritt angekommen. Jetzt habt ihr hier nochmal Glückwünsche und so weiter und so fort. Da müsst ihr noch ein bisschen zustimmen. Jetzt müsst ihr nochmal die Berechtigung zulassen. Das liegt an dem Plugin. Das ist bei Android leider Gottes so. Ist ein bisschen ungünstig gelöst, finde ich zumindest, dass man es zweimal akzeptieren muss. Aber ihr kommt leider nicht drumrum. Ja, jetzt kann man sich noch verschiedene Funktionen ansehen. Die Uhr finden, Telefon finden, dass wir hier auf Kartentechnologie von hier setzen. Die Eugnose und Marketing brauchen wir nicht unbedingt. Mit einem Samsung Account könnt ihr dann auch noch sichern und wiederherstellen und so weiter und so fort. Das überspringen wir jetzt hier mal. Ich glaube, das würde den Rahmen etwas sprengen. Ja, dann noch wichtig, damit die Uhr dauerhaft mit eurem Telefon verbunden ist und nicht durch irgendwelche Akku-Optimierungsprogramme da unterbrochen wird, müsst ihr hier auf Zulassen klicken, dass die App auch entsprechend im Hintergrund ausgeführt werden darf. Bei Samsung im Übrigen entfällt auch dieser Schritt. So, jetzt können wir dann weitergehen, denn das haben wir ja getan gerade, was er da noch nachgefragt hat. Und jetzt sind sie startklar, wenn man das so ausdrücken möchte. Es ist quasi soweit, wir sind in der Wearable App drin. Können hier eben noch die Benachrichtigung aktivieren. Dazu müsst ihr hier bei dem Plug-in quasi zustimmen, dass die Benachrichtigungen verwaltet werden dürfen. Und schon kann es eigentlich auch losgehen, denn jetzt ist die Uhr quasi schon verbunden. Ihr seht, Akku 77% und es ist auch direkt ein Firmware-Update verfügbar. Das installieren wir jetzt auch direkt, denn gerade am Anfang von Produkten und die Active2 ist ja jetzt gerade erst auf den Markt gekommen, ist natürlich immer Verbesserungspotenzial in der Software noch vorhanden. Ja, und während das Smartphone hier die letzten Megabytes noch runterlädt für das Update und jetzt gleich auch auf die Uhr überträgt, sei an der Stelle noch darauf hingewiesen, dass auch hier das Menü und so weiter und so fort, und ihr könnt das hier auf dem Handy schon sehen, das ist sehr identisch zu dem, was ihr auch bei der Galaxy Watch habt. Da gibt es kaum Unterschiede, weil aber auch der Funktionsumfang sehr, sehr ähnlich ist. Jetzt seht ihr auf der rechten Seite, oder beziehungsweise erstmal auf der linken Seite seht ihr, jetzt gerade, solange die Uhr noch verbunden war, dass hier das Handy auch noch die Samsung Health-App installieren möchte für die Fitness. Das macht natürlich gerade bei dieser Uhr durchaus Sinn. Und auf der rechten Seite könnt ihr jetzt auf der Uhr nochmal erkennen, ich halte es nochmal ein bisschen heran, da überträgt jetzt gerade das Handy das Firmware-Update auf die Uhr. Das ist noch nicht die Installation der Firmware. Das muss man halt einfach wissen. Das sind zwei verschiedene Schritte. Einmal übertragen auf die Uhr. Das findet hier jetzt gerade statt. Und gleich wird das Ganze dann auch entsprechend als Firmware-Update auf die Uhr geschrieben. Ja, wie gesagt, die Punkte, die ihr hier in der Galaxy Wearable-App seht, die sind identisch, oder es ist identisch aufgebaut zur Galaxy Watch. Da gibt es keine Unterschiede, zumindest sind mir keine aufgefallen. Falls ihr welche seht, lasst es mich gerne wissen. Die sind jetzt ausgegraut, weil die Uhr logischerweise nicht verbunden ist. Aber hier seht ihr die ganzen Funktionen, meine Uhr finden, Inhalte zur Uhr hinzufügen und so weiter und so fort. Benachrichtigungen könnt ihr hier administrieren, die Apps nochmal umarrangieren und auch die Widgets sind hier nachher möglich, dass ihr da quasi noch Veränderungen dran vornimmt. All diese Einstellungen kann man im Übrigen zum einen natürlich auf dem Handy vornehmen, kann man zum anderen aber natürlich auch in wesentlichen Teilen auf der Uhr vornehmen. Nicht alles, logisch, aber die meisten Einstellungen könnt ihr tatsächlich auch relativ einfach auf der Uhr nachher verändern. Wie das geht, zeigen wir gleich im nächsten Video die ersten Schritte. Da kann ich euch so ein bisschen mal zeigen, was man denn dann in den Menüs machen kann. Wie bedient man die Active 2? Auch da wenig Unterschiede zur Galaxy Watch der klassischen Art. Aber einen gibt es schon und das ist die Lünette und das ist tatsächlich was, was man hier schon gesehen hat, dass es hier keine physische Lünette gibt. Und hier zeige ich euch nochmal das Display. Das ist wirklich relativ weit oder relativ umfänglich in dieser Uhr angebracht. Es gibt kaum einen Rand. Das finde ich tatsächlich sehr schön und jetzt seht ihr hier, findet tatsächlich auch das eigentliche Firmware-Update statt. Jetzt ist die Software auf die Uhr übertragen und jetzt findet das eigentliche Firmware-Update statt. Wer sich fragt, was Tizen oder wie auch immer das Ausstrich bedeutet, das ist nichts anderes als das Betriebssystem der Uhr. Ja und jetzt sind wir soweit. Ihr seht hier, die Uhr ist wieder gekoppelt. Wir können jetzt die Samsung Health App installieren und alle Einstellungen auch vornehmen. Auf der rechten Seite seht ihr, die Uhr ist auch betriebsbereit oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Es kann quasi losgehen, während ich hier im Hintergrund noch Samsung Health installiere, weil das halte ich tatsächlich in Kombination mit der Uhr für eine durchaus ganz praktische App. Wollte ich euch nochmal kurz hier auch auf der Rückseite, das ist ein bisschen zu kurz bisher gekommen, den Pulssensor zeigen. Den probieren wir gleich auch mal aus. Hier seht ihr auch nochmal die Schnellverschlüsse für die Armbänder. Das heißt, die könnt ihr wie gesagt relativ schnell tauschen. Das geht wirklich super schnell mit diesem Schnellverschluss. Und hier dann auch nochmal der Pulssensor. Also alles in allem wirklich ein formschönes Gerät aus meiner Sicht. Insbesondere in schwarz gefällt mir das ganz gut. Armband muss man vielleicht dann nochmal drüber nachdenken. So, während im Hintergrund die Samsung Health App jetzt geöffnet ist. Wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne ab damit in die Kommentare. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Und freue mich, wenn ihr beim zweiten, beim dritten Video auch dabei seid. Alexa, Kamera aus. Okay. Okay.